So, dann nehme ich hier noch ein paar Waffen mit. Und was könnte ich da oben noch brauchen? Werkzeuge. Haben wir hier noch Werkzeuge? Ja, nehmen wir alles mit. So, dann ist hier Ruhe. Ich hole jetzt dann die ganzen Schiffe hier runter. Kriege ich die Getränke? Bitte. Nein. Hast du schon Zucker ausgeladen? Nö, auch noch nicht. So ist das und nicht anders. Aha, Carbon. Warnung, Fahrzeug unter Beschuss. Da brauche ich auch Carbon für. Okay. Okay. So, jetzt baue ich hier mal ein paar Flags. Fachzeug im Kampf zerstört. So, was fehlt? Baut Zellen. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Verflucht. Muss ich noch ein neues Schiff bauen auch? Bauen wir gleich zwei. So. Es dürfte hier bald mal Ruhe sein. Ja, perfekt. Registriere neues Fahrzeug. So, du. Du wirst eingesetzt. Für die Handelsroute 2. Schließen. Und das nächste muss halt für ein bisschen was mehr herhalten. Hier haben wir noch welche. So. Wie sieht's aus? Jetzt bist du bald fertig. Ah, es geht voran. Es geht voran. Das sieht man immer gern. Registriere neues Fahrzeug. Jawohl. Hier. So. Nehme. Mit. Und zwar. 50 Carbon. 50 Werkzeuge. Und. Ach, die ganzen Bauzellen. Dann ist hier mal grob Ruhe. Und du bist das Schiff. Ja. Gut. Kommt hier der Zucker regelmäßig an. Äh. So. Alles gute. Weiter bitte. Ey, 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 ey. Hier bin ich voller Inspiration. Erst gestern habe ich eine neue Erfindung gemacht. Ja, ist ja schön, dass du neue Erfindungen machst. Das interessiert mich aber gerade nicht. Nicht. So. So. Alles ausgeladen. Dann kommt hier natürlich konkret mal diese Produktion hier in Gange. Neh. Ach, hier so. Und natürlich brauche ich Kaffee auch noch. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, hilft nicht. Neh. Eins. Wow. Drei. Vier. Äh, vier. Fünf. Sechs. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Dann baue ich noch Straßen. Ohne Straßen läuft hier gar nichts. So. Perfekt. So, jetzt hoffe ich, ist hier Ruhe. Äh, ich produziere hier schon wieder ein Minus. Wieso auch immer. Wie geht's denn euch? Gut, gut, gut. Wie geht's euch? Auch gut. Wie geht's euch? Äh, Nahrung. Hallo, Sushi? Äh, wo bleibt der Reis? Reis, Reis, Reis. Produziere ich hier den Reis? Ja, scheiße. Ah. Haben die mir auch das Schiff von der Handelsroute weggeknallt. Ne, die fährt noch. Äh, wo denn schon wieder? Ha. Selber schuld. So. Äh, gut. Ich muss hier mal den Sand stoppen. Für was hast du den Sand hier dabei? Öl haben wir je... Ah. Jede Menge Öl. Jede Menge Öl. Nur ich krieg es nicht mehr los, oder? Ja, genau. Ja, genau. Dann produziere ich das mit den Tycoons noch um. Äh, haben wir hier noch irgendwo Platz? Für die Kage. Ja, hier. So. Äh. Einen Weg. So. Und dann mach ich natürlich gleich auch noch... ...noch mal sowas her. Und geht's, glaub ich, mal besser hier. Und... ...öl produzieren die Betriebe. Mach ich hier auch mal ein paar dicht. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss. Weil hier das Carbon ansteht, oder? Ne. Aber mit der Produktion kommt hier nix nach. Den geht's aber noch relativ... ...relativ gut. Muss man sagen. Für das, dass sie nicht so viel zum Fressen haben. So. Wird hier auch schon... ...unter mein Zeug produzieren. Ja, ja. Diese Stadt entwickelt sich langsam zu einem Ort, an dem die Wissenschaft einen angemessenen Stellenwert hat. So. Ich könnte hier irgendwo eine Unterwasserbuchte brauchen. Hm. Kann ich denn hier... ...rgh. Nee. Nee. Egal. Diese Stadt entwickelt sich langsam zu einem Ort, an dem die Wissenschaft einen angemessenen Stellenwert hat. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Na super, geht doch. So. Gut. Ne Akademie. Sofort. So. Forschen. Perfekt. Geht doch. So. Wird hier das Öl schon weniger? Ich hoffe... Hier nur noch 80 plus. Ich wusste, dass es alternative Wege gibt. Dieser Ort ist das beste Beispiel dafür. Schöpf mal die Leute noch ein bisschen. Wir können... So weit also die Theorie. Ich finde, ein Praxistest wäre angemessen. Schließlich müssen wir uns im Ernstfall auf diese Technologie verlassen können. Ich bin ein Sech, das schämmer, oder was wir... Wir setzen uns um einen Aufschluss.